POV, du bist auf einem Kabel. Ich bin gerade im Labor, weil ich gerade keine Lust habe mehr am Laptop zu sitzen. Ich bin ja in der finalen Phase meiner Doktorarbeitsabgabe. Und nebenbei veranstalte ich noch einen Girls' Day am Donnerstag, 25. April. Und du kannst auch digital dabei sein, wenn du möchtest. Aber schon ein bisschen Arbeit, ne? Aber dafür wird es auch richtig gut. Experimente, Laborführung und Forscherinnen treffen. Mega! Was ich sonst so die Woche gemacht habe, ich war seit Ewigkeit mal wieder an der Uni und habe da eine Vorlesung gehalten, also einen kleinen Vortrag und Fragen beantwortet. Außerdem war ich wie immer mal wieder im Labor oder bin hingelaufen, habe den Girls' Day vorbereitet, bin dann wieder zurückgegangen und richtig kuschelig angezogen. Es hat dann auch geregnet. Das Wetter ist einfach so wild. Aber manchmal auch richtig, richtig schön, wenn dann doch mal die Sonne rauskommt. Dann habe ich noch in der Mittagspause auf der Dachterrasse kurz ein Interview geführt. Und ja, das war dann auch schon mal eine Woche und habe ich schon erwähnt, dass ich gerade meine Doktorarbeit fast abgebe. Fast!